Kann man das denn an? Ja. Der Herr Barther hat sich jetzt einfach mal meinen Stuhl geschnappt, so frech wie er ist. Ah, der ist verrückt. Du hast so einen schönen Stuhl und mir so einen Scheißstuhl, oder wie? Also farblich, klar, sieh. Wenn du wüsstest, was da drin ist, ist er eher. Ich rate jetzt nicht weiter. Nee, sonst kommen wir da in auch schweinische Sachen rein. Was machst du denn? Ich habe den Farben. Ja, lass den mal da. Wo ist denn eigentlich mein Boy? Super Outtake. Wo ist denn mein Fahrgebot? Hat er sich mal genommen? So, Haare sitzen, bei dir auch. An mich kommst du nicht dran, optisch. Also brauchst du ein paar mehr Haare. Ja, hast du? Du hast ein paar für mich. Ich habe ein paar übrige. Ja, also ich würde meine auch dir verkaufen. Ist ja auch Ton in Ton, ja. Ja, so die langen Locken hinten raus auch. Ich stelle mir schon vor, wie er das in irgendeiner Grafik zusammenbaut. Ja, wird bestimmt lustig aussehen. Ja, kann passieren. Der Moderator verpisst seine Fragen. Gott sei Dank haben wir das nicht raus. Ab geht die Luzi. Die Kühlbox ist ja auch mehr, wie viele denken. Es sind nicht nur Fragen. Du müsstest mir bitte... Es gibt doch Antworten. Ja, ähm... Ja, es gibt viele Antworten auf die wichtigen Fragen. Ich frage mich, wie kommt man auf so Fragen? Fragen, frage ich mich. Ich soll eigentlich dir Fragen stellen. In welchen Klametten... In welchen... Karriere... Also das Wort, gell? Das ist so... Karriere. Das ist glaube ich der dritte Hackler, den ich habe, oder? Oder vierten? Karriere. 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 Nein. Geh ans Telefon, wer ruft dich jetzt an? Geh ran. Oblinger. Herr Grubauer. Schöne Grüße. Von Magenta Sport. Hallo. Hallo. Ja, danke. Geht's dir denn gut? Hallo. Wir sind gerade bei einem Dreh mit Herrn Oblinger. Könnte er dich zurückrufen? Was machen wir noch? Kommt's eigentlich auch mal vor? Wollt's dir auch mal vor? Kommt's doch mal bitte ins Bild, alle. Komm. Ja, einmal so ein Gruppenbild. Warum denn nicht? Ach. Alle mal reinwinken. Hinten. Hallo. Hallo. Sehr schön. Danke.